Schöne Grüße aus Berlin. Ich habe heute einen offenen Brief an die Berliner Polizei, Versammlungsbehörde geschickt. Und ich bitte euch darum, teilt diesen Brief, teilt dieses Video. Das ist sehr wichtig, dass dieser offene Brief so viele Menschen erreicht, wie nur möglich. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben bei diesem Brief. Ich habe sehr viele Quellen eingegeben. Leider kann ich diesen Brief nicht darstellen auf dieser Plattform, auf der du jetzt gerade bist. Deswegen verlinke ich unter diesem Video im ersten Kommentar, wird angeheftet, einen Link auf Telegram. Und da könnt ihr diese PDF-Datei öffnen, lesen, auch anklicken. Die ganzen Quellen sind anklickbar und dann landet ihr sofort zur jeweiligen Stelle, zur jeweiligen Quelle. Vielen Dank nochmal fürs Teilen und bis dann.